Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Super Mario Adventure 2. Also wir sind auch beide wieder anwesend, der Micha und der Gurkhan. Ja, wir sind jetzt, welches Level sind wir bereits? Welt 1, immer noch. Welt 1, Ebene 4? Jippe. Boah, ich kann ja lesen. Ja, wir würden mal sagen, wir starten jetzt das... Nicht, Welt 2. Welt 2, Entschuldigung. Ich bin dumm. Er ist nicht dumm, er hat es nur vergessen. Ja. Also. Ich mag dieses Level. Man muss auch schon wieder ein Bild. Werden dieses Spiel jetzt zum 90. Mal wieder gestartet? Ja, aber gerade vor dem Part sind ja ein paar technische Probleme aufgekommen. Ich weiß nicht, was ich da mache und ich glaube, ich würde da rausschneiden oder so. Ja, ich habe jetzt schon drei Parts wieder. Schon ein Wettrekord hier mit dem. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Platz... Ich weiß nicht, wie viel zumal ich hier bin. Also ich war schon einmal bei einem Let's Play dabei. 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 Und es war echt langweilig. Wir haben nur das Spiel gespielt und haben ein bisschen gequatscht. Und also so sucht die es in ihrer eigenen Welt. Also es war echt langweilig. Scheiße! Eigentlich sagt man nicht scheiße, aber das war nicht scheiße, sondern Dummheit. Ja, ich bin davon mal gewohnt, dass ich ausraste. Also... Mal gucken, wie lange ich die Fehler halte. Ich muss anlaufen. Wir rennen. Wir sagen noch mal nichts dazu. Ich werde immer Game Over. Nur bei diesem Level. Ich war schon zigtausend bei meinem beschissenen Ende. Und es ist vorher abgekackt. Mir ist immer runtergefallen. Ja. Ey, warum ist das aber mal in Ordnung? Mal suchen die da oben. Haben die keine Freunde? Das ist mir auch scheißegal. Ey, du... Du, 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 du... Soll ich mal probieren? Du kannst gar nicht zerschlossen machen. Na klar, gib mir die schwierigen Level. Das ist ja nicht mehr so schwierig. Ja, das ist doch schon. Doof. Das ist nur wegen meiner dummen Kratz. Ich glaube noch. Warum mal Pilze? Aber ich wollte den Typen. Oh. Komm. Mach doch nicht so hektisch. Ganz ruhig bleiben. Wer reitet vor? Du willst das natürlich. Also wenn man ganz ruhig spielt, spielt man am besten. Heute ist der Wächter soll dritte. Wir haben heute den dritten. Ne, zweiten. Zweiten. Jetzt waren wir jetzt, ähm, 18 Uhr, 45 Uhr oder so. Und ich sag gerne das Datum. Weil, dann könnt ihr mal sehen, wann ich das hier aufgenommen habe. Vielleicht kann ich das oder so schon hochstellen. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Ich bleib wieder raus. Ich bleib wieder raus. Ich stehe bis da drauf. Immer drauf. Hey, er hat es geschafft, er hat es geschafft! Ihr wollt nicht sehen wie der sich hier gerade abtanzt? Ihr wollt es nicht sehen? Ah, rotaradalo! Mordonsfest, Mörden! Wer das gerade gesehen hat, der sollte am besten jetzt klatschen und jubeln, weil er es endlich mit geschafft hat. Wie heißen die nochmal? Ich hab keinen Plan. Steine? Nein, ähm, Frogs, genau. Oh nein, ich hab sie so fest. Da hast du nicht Brühe? Du kannst Windjumps auf die Mörder machen. Das vergessen. Ja, ja, ja. Pilz, scheiß auf Pilz. Super falsch. Ich dachte, warum bist du hektisch? Ich glaub, du sollst mal die Drogen absetzen, die du nimmst. Kaugummis? Von Orbit? Mal ein bisschen Schleichwerungen machen. Ich hab ja kein Trinken hier mal. Ich bin doof! Hä, was ist denn? Hä? Sie haben telefonieren. Mal, mal. 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 aussieht wie so ein Skelett war das war ein Skelett? Nein, macht keinen Scheiß warte es, wenn du jetzt da nicht hoch springst, wirst du platt gedrückt? Nein, ich hab das Level auch schon sehr lang gemacht, weil ich auch Down Up Cup bin ja, ich hab mir etwas drauf gespielt ich guck mich einfach so hoch Hallo dabei ist jetzt Platz gewesen immer ja, na schau, jetzt auf die Seite, das weiß ich, wenn er jetzt was von nichts kommt ja und laufst du eigentlich ganz gut hier? ja so oft bist du ja noch nicht gestorben nicht einmal einmal hier vielleicht zweimal hm ich hasse so oh nein, nicht die Stelle jetzt darf ich sterben ich kann jetzt auf einzelnen Blöcken landen boah ich bin Iggy ja, toll Iggy komm her auf die Fresse einmal und wie oft musst du denn treffen? zweimal, dreimal ja ey, du Kackfee ey, ich kann mich doch nicht so schnell bewegen kacke nein man also mit den drüber sprechen hast du es drauf ja, da geht nicht, ich muss ihm sein mit man Mann statt dass sie hier wieder n 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 wir hoffen mal dass er es schafft bevor die Leben vorbei sind hab ich auch mal nein bin runtergefallen Dummheit ich weiß es sind gerade nicht so viele Räder aber ich konzentriere mich gerade und Gökhan fuhre wieder mit seiner Hinderung ja ich hab doch so eine sinnlose SMS bekommen von Base lieber Base Kunde haben sie bereits ihre kostenlose Base Call Me SMS benutzt Sie können jetzt jeden Monat 30 SMS an alle deutschen Netzhandynummern versenden und um Rückruf bitten senden Sie hierzu eine SMS mit der Rufnummer des Empfängers als Text an die Kurzweil 5050 so bleiben Sie deutschlandweit kostenlos mit Familie und Freunden in Kontakt nicht genutzte Base Call Me SMS verfallen zum Monatsende dieses Angebot ist zunächst bis 30.04.2011 befristet ihr Base Team die sollten sich mal persönlich bei mir vorstellen und dann irgendwie was sagen ich hasse was komm ich hasse ganz ruhig bitte komm blögi wir sind noch aufs Maul Und ich krieg einfach Maul. Genau so. Entweder so oder so. Ja, mein Stuhl ist wieder kacke. Also, nicht wundern, was das für komische Gerüchte sind. Komm. Komm, schneller. Jetzt. Oh ja. Ich weiß noch nicht. Den Part hier und vielleicht noch einen. Weiß ich noch nicht. Weiß ich mal gucken, wie lustig ich hab. Warte, wie viel er noch hat. Wäre ich mich alleine auf? Oder ist mein ich KDA? Hm? Hast du dann Bock? Vielleicht noch auf dem Part? Wir wollten ja erstmal mal gucken, was das Problem an deinem Spiel ist. Okay. Dann vielleicht mal gucken wir mal weiter. Mann, ich hasse das. Das ist doch für unlogisch. Hier immer auf die rechte Seite gehen, weil die Blöcke kommen von links. Sprengen, sprengen. Komm, schau ich nicht mehr. Schade. Und jetzt schnell. Schnell. Boah, hab ich genug. Er soll zwar schnell machen, aber denkt daran, ruhig zu bleiben. Ja, was soll ich machen? So, zwei gegen eins hat geht ja mal gar nicht. Ey, das sind für die Noob-Killer. Noob-Killer? Du bist ein Noob? Noob-Line. Alle, die dafür sind, dass er jetzt Noob ist, melden sich. Ey, ey, bloß nicht zu viele melden. Also ganz ruhig. Was ist denn eine Funkmaus? Na, cool. Ist sie gut? Ja. Fühlst du dich gestört, wenn ich den fangen will? No. Ey, guck mal. Da wird gepopelt. Ja. Mach mal auf damit. Mach wenigstens aus dem Bild raus. Danke. Vielleicht kommt er wieder. Boah, nochmal Schwein gehabt. Ja. Rechte Seite, Blöcke kommen von links. Ja, guck mal. Du hast es einmal gesagt und es reicht so. Ja, ist ja okay. Wollte er nur nett sein, dann... Dann eben nicht. Genau. Wollen wir nichts sagen. Einfach einfach nur Klipp mal. Nein, mach Scherz. Der Micha spielt gerne mit seinem Leben. Ja, genau. Doch, gehören. Krass, also, ihr habt alle mitbekommen, er droht mir, dann Anzeige läuft. Oh, zeige. Was hasst du denn was? Scheiße. Oh, ich sehe. Gott sei Dank. Ist schon wiederum. Sehr schön. Pro Part ein Level ist so okay. Nicht mal. Ich erinnere schon die ganze Zeit nicht rein. Ich sag mal so, dass es... Letzter Versuch? Ja. Mal gucken, wenn ich dann komme, wenn ich schneide ich das. Warum probierst du etwas, was du nicht kannst? Immer auf den Timer gucken. Ja, mach du ruhig da. Bei 15. Schluss, ne? Oder 14. 14 oder 15? Eigentlich 15, aber 14 Minuten. Ich weiß nicht. Ja, wir machen einfach zu Ende jetzt diesen Versuch. Und dann sagen wir mal, gute Nacht. Schlaft gut. Ja, klar. Der Micha macht dann jetzt Haia Bubu. Klar, auf 14 vor 9 oder 14 vor 8. Spreng. Spreng. Ja, ich geh jetzt mal runter sterben. Bei der Panne ist ja auch zu Ende. Juppe. So, in diesem schönen Bett drück jetzt die F10-Taste. Und sagen dann mal. Hau da rein. Tu's, ne?